Ich habe ihn hier mitgebracht. Ich habe ihn hier mitgebracht. Ich bin hier mitgebracht. Ich bin hier mitgebracht und ich habe ihn natürliche mitgebracht. Gest Fertig Schrei You are not! Every race has to know its place. Stop smiling! Stop laughing! It's not funny! The theater piece, As Long As The World Needs To War Your Soul, is in a sense a poetical cry to defend the vulnerable body. The body that smells, that shits, that bleeds, that vomits, that's the piece about. And also because I think our body today in our society, in a political level, social level, they try to sell us a body that doesn't shit, that doesn't smell, that doesn't vomit. And I believe in this vulnerable body. This vulnerable body is beautiful, I think. I think. die euch ergeben sind, aufstehen, gerne. Mein Werk ist nicht für Provokation. Aber dann wieder, die Worten Provokation, wenn du es hörst, geht es um die Idee von Evokation. Provokation ist immer eine Evokation der mind und der Körper. So ist es auch nicht schlecht. Even die Menschen, die es sehr schlecht ist, sie sind gegründet, denn sonst können sie es nicht so schlecht. Sie denken über das. Oder vielleicht später denken über das. Why does everything have to be done with these days? I can't follow anymore. Always speak with speak.